Oh, bonjour, monsieur, madame, willkommen to League of Legends, versus ein Keulenschwinger. Huch, gleich den ersten Minion verkackt, so macht man das. Seid gegrüßt, wir sind nämlich wieder mit Bro dabei und den Pelibius, der uns unterstützt. Und ich spiel schon jetzt scheiße. Okay, ich wollte mal sehen, was ein Hit an ihm macht. Ja, er hat einen Vorteil, alles klar. Ich verstehe schon. Ja, ja, meine Minions greifen auch nicht an. Die Zunge. Ach, Tamm, kennst du haben wir unten? Ich hab noch überhaupt nicht geguckt, wenn wir als Gegner-Team so haben. LOL. Oh! So, jetzt, jetzt Jacks im Nahkampf, wäre geil. Äh, Jacks im Nahkampf. Ja, ich bin zusätzlich Gold, sehr geil. Jo, Thunderlord. Hallo, Keulenschwinger. Sei gegrüßt. Oh, Alter, die Minions, die nuken mich aber auch ein bisschen. Oh, jetzt. Nein! Da macht er den Outfit nicht. Hast du das auf der Top-Link gesehen? Ja. Oh. Oh, nein. Der hat gerade zum Outfit angesetzt und in dem Moment flasht er. Hast du das? Das wäre der Kill schon wieder gewesen. Mit Level 3 frisch. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Oh, du bist dran. Weil ich's kann. Nein! Execute. Yo, execute. Yes! 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 Scheiß am Arsch! Kill! Genau darauf habe ich's abgezählt. Ich dachte mir, wenn er zu nichts kommt... Ich wusste, na, 20 Sekunden wegen, äh, Donnerlord. Könnte knapp sein, dass es um ist. War's. Ah, der ist auch schon wieder da, ne? So, Teleport. Wenn er das macht, mach ich das auch. Und ich hab ein Level vor ihm. Ich muss ihn zurückpushen lassen. Äh, oh, Alter, was kreft denn mir hier mich an? Bist du doof? Cool, ich erst mal eine. Ah! Gut, so! Alter, guck dir mal Bottlin an! Aber war ein schön... Uh! Oh, Alter! Ich stehe leider unterm Tower. Ich kann eigentlich nicht so viel machen. So, ich kann gleich nochmal Top-Link kommen. Ich brauche es nicht, guck dir an. Ah, warte, 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 warte. Ich hab nichts... Äh, warte, bitte. Äh, ich hab noch nicht mal gesprungen... Äh, warte, 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 warte. Äh, jetzt kannst du reinkommen. Ja, 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 treff ich ihn, treff ich ihn, treff ich ihn, treff ich ihn. Ah! Ah, weg, 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 reng da. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Ah! Jetzt muss ich aber auch weg. Scheiße! Kann genau im falschen Moment. No, unlucky. Neue Runde, neues Glück. Renga wartet noch, ist natürlich klar. Ich wart einfach am Turm. Habe ich ein Board? Oh, war wie nix da für ein Board. Eine Combo und Jazz down. Oh, ich hab kein Flash. Oh, da ist er. Ah ja, Renga, hallo. Oh, Mann. Was mach ich denn hier? Alter! Na, das war ein völlig sche... Was? Wieso ist der schon wieder fast... What? Der war doch fast down, der hat noch drei Lebensbalken. Jetzt ist der voll? Arschloch. Er frisst wahrscheinlich die ganze Zeit seine... Ja, seine Früchte und Kekse. Ja, ja, trifft mich. Renga, alter, Renga ist die ganze Zeit top. Hat er Langeweile? Die warten auf den Dive, oder? Ja, ist ja nicht egal, ne? Der verliert dir sein Farm. Sobald er gleich weg ist, geh ich rein. Und ich geh mal in seinen Jungle. Jo. Ja, Blue Wolf steht da. Alter, mit einer Kombi ist der schon wieder halb down. Das ist so... Wie ich nenne... Na ja, schieß. Daneben. Ah, kein Thunder Mord. Ich hab Ulti. Nice. Oh, Alter. Ich muss ja mal mit dem Damage hier wieder klarkommen. Na, Renga wird wahrscheinlich top babysitten. Na, da war ich auf jeden Fall hier gerade bei seinen Wölfen, also... Bei seinen Wölfen? Okay, jetzt hab ich nämlich Glanz. Jetzt ist es die beste Zeit, wegzugehen. Oh, nice, Bottom. Hier unten. Hier, 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 hier. Ah, hau ab, hau ab. Ah, du bist in Falschrichtung abgehauen. Zeig dich aber nicht. Ich geh rechts rum. Genau, genau, genau. Weg, da, weg, da, weg. Und nach links, nach links. Und nach links. Genau. Sehr schön. Ich hab Teleport nicht ready. Genau, jetzt einfach weg. Einfach saven. Weg, 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 weg. Geh, geh, geh. Nein, nein, nein. Geh, 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 geh. Das ist Renga. Der wird dich kriegen. Ich glaub, der hat ja nämlich gesehen, dass du da bist. Der ist nicht... Und wenn nicht, war der übelst lucky, dass er richtig gegangen ist. Sag mal, jetzt ist er da oben. Ich denk mal, der hat dich noch gesehen, irgendwie. Wow. Da ist ja nicht drin. So, Platin-Spieler. Gegen den kämpfst du. Ezrail. Oh, ich krieg ne Ezrail-Ult hier ab. Ezra, Ezrail. Ezrail. Ah, der Redbuff, wie seid jetzt nicht. Jetzt schaff ich den nicht mehr. Ja, pass auf, wenn jetzt kommt Renga. Trauert er sich gar nicht. Oh, weißt du noch nicht. Renga's trauen sich alles. Er weiß, weil er weiß. Look stirbt nicht. Das ist schon mal gut. So, Gangplank ist schon wieder oben weg. Kingen wir natürlich für die anderen auch. Weil wir nicht... Oh, der hat Ulti, oder? Ja, der. Moin. Wer? Gangplank. Ja, der hat Ulti. Der hat noch nicht einmal genutzt. Also nicht hier auf der Top-Lane. Ich weiß nicht, ob er auf der Lane mal irgendwo was geschossen hat. Sein Pulver. Oh, die Zunge. Da ist Gangplank wieder. Ich geh mal warden. 150 Steigerungen. So. Oh, gefahren. Scheiß, mich ist im Weg. Ah, nein. Ich brauch mal wieder eine Combo landen. Wanderloand. Sei gegrüßt. Ah. Nicht gut. Ah, da kommt der Rengar. Ah, ich würd den so gern Top-Lane. Die sind so low da unten. Ah. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ganz ehrlich. Mich juckt's. Lucian Teleport, der ist dann weg. Die machen wohl jedenfalls definitiv. Ja. Alles klar. Die ganken da. Ich komm entgegen. Aber es hat eh keinen Sinn. Hat eh keinen Sinn. Rengar ist keine Ulti. Ja. Ich will trotzdem noch Rengar, ne? So hilft der Tauber mal ein bisschen mit. Ah, ich könnt mich schulen, Mann. Ich hab Teleport. Ich hab Teleport für die Bot, den wär grad so geil. Aber er kann ihn wegschlucken. Nein. Ach ja. Ich renn mal hoch. So, SRL geht auf AP. Gangplank AD ist klar und crit. Timecatch AD. AD, AD. Alles klar. Jetzt so ein Rammus wär geil. Ja, reichen ist ohne Spielen. So, Gangplank geht bestimmt weg. Ach, doch nicht. Oh. Na dann, willkommen. Komm mal, Mäuschen. Oh, oh. Oh, nee. Luchs ist tot. Ja, Rengar ist nicht übermorgen. Aschakul ist da. Äh. Ahahahahaha. Dudai denkt an Rengars Ulti. Oh, Dudai D. Ah, die sind unten. Ah, die sind unten. Ach, du bist schon da. Ah. Oh, Rengar, du nicht mehr. Da unten. Achtung, pass auf. Ja, ja, Chaco, du bist voll am... ...propo. Ah, ich wollte auch gerade woher sitzen, Gott sei Dank. Mann, shit. Was? Nee. Loll. Und rein. Nicht. Ah. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Weg. Genau, zu Luchs. Loll. Die trifft. Hau ihn. Und. Ein noch. Komm. Also, jetzt muss noch Rengar. Ah, nee, da ist der Tower noch im Weg. Entschuldigung, hab ich übersehen. Hm. Neue Worts haben die ja bestimmt überall. Luchs, was tust du da? So, jetzt hat der Top-Lean in der Zeit gekriegt, ne? Ja, geil. Und noch ein Kale. Wie soll ich denn bitte schön den Drake machen, du kleiner Sack? Ja, ich bin auch noch. Ich bin noch so gut wie down. Ich kann tanken ab jetzt. Ich hab Ulti angemacht, ist gut. Ich hab mehr alles. Ja, Drake entscheidet sich hoffentlich. So, ist aber schnell weg. Hast du wenigstens noch ein Stack bekommen? Ach, was hast du? Kling ist... Ah, noch nicht. Nee, okay. Ah, nee, ich baue kein Devor. Ich baue, äh... Äh... Rote. Ja. Ah, jetzt hat er Top-Lean. Scheiß am Arsch. Kann ich gar nicht gännen. Kann die Roam kaum ganken. Das ist mir egal. Das ist mir lieber. Wer hat von uns Kills? Lux 3. Big Fat GG. Irgendwo hab ich das die Tage schon mal gesehen. Wenn der nicht so schnell wär, der Scheiß Gangplink. Na, vergesst nicht Rengar. Ja, der war grad hier, aber der ist zum Red noch gegangen los. Oh, Bart. Meh. Mein Minions. Ich pushe mal oben rein, dass er wieder nachher Top lehnen muss, der Jung. Oh, ich glaub, ich hab sie gefunden. Alles klar, lass es sein. Lass sein. Hau ab. Ja, auf mein abgemahner. Das war ein Hardcore-Face-Check, wa? Ja. Aber ich bin der Chaco, ich kann sowas ja machen. Mit meiner Q. Huh. So. Dun, 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 dun. 500 Gold, ja, passt. Aber der Bart gibt auch immer ganz schön unten eine rein. Kann das sein? Ja. Der ist immer halb down. Nice. Ich glaub, was hat der Damage, was hat der einen Hit gemacht? Oh, war unkritisch. Oh, wie geht der denn? Ähm, Gangplink macht Teleport. Gangplink hat schon mal kein Teleport für die nächste Zeit. Alles klar. Das ist gut. Hast du Teleport? Naja, anderthalb Minuten, da ist Rengar. Hier, äh, äh. Ah, ich möcht gern auf meinem Buff beenden. Gott sei Dank war ich hier. Der Rengar hätte die sonst in Sand weggenuket. Hat der Ulti noch, oder? Nee, Rengar hat grad Ulti auslaufen lassen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Was? Och, holt's noch nicht einer. Ernst, Lux. Oh, der ist richtig low. Rengar war auch. Oh, da ist ein Rengar. Ja, ja. Sieht er dich? Geht's aber. Hat er keine 5 Stacks mehr? Ach, shit. Ja, das müssen wir gleich ausnutzen nächstes Mal. So, ich geh mal wieder Top lehnen. Ich muss, weil, ne? Ja, ich weiß nicht, weil ich... Rengar, Rengar, warum kommt Bot lehnen? Ah, nein, jetzt kriegt der Rengar... Ja, ja, sehr schön, Bart. Sehr schön. Halt dein EDC vom Fliehen ab. So läuft das in der Hütte. Oh, nein. Ich hab den falschen... ...Auto hittet. Es war doch zu sehen, dass der kommt. Wo ist der denn Blueberg-Fan? Manch. Ach, ich pusch mal noch mal rein. Alles klar. Ich hab den Grump aber noch bekommen, aber gut. Ja. Ich hab Teleport für Botlane ready, aber ist keiner da, ne? Nein. So nix. Der Toplane Tower müsste immer weg. Ja. Das Problem ist, das mach ich jetzt. Jo, ich helfe dir dabei. Ja. Ja, aber wirklich, da muss halt die Botlane und die Mitte einfach safe spielen. Okay. Wringer, mid, please. Polz, please. Dann pushe ich mal hier durch. Komm her, Minions. Ich hab sie los. Gut, der ist nicht mehr da. Hatte ich mal eine Hilf. Ach du Botlane Fett. Naja, aber die ist wahrscheinlich, machen die wieder Trap oben oder irgendwas. Arengar ist da, alles klärchen. Alter Bart. Sag mal schnell für Vision. Wo ist dein Bart? Lol. Toll. What? Oh, gut. Doch, nöder. Jo, Goldspieler Bart, ne? Ach. I lag. Ja. Brain lag. Stimmt. Wenn der oben nicht so schnell wäre, dass wir so gut sind. Na? Was die Hilfe da oben? Ja, komm mal. Ich... Wow. Hab sich über die Wand. Alter. Sorry. Die hat genau dann gekrittet, wann ich es nicht gebraucht habe. Ich dachte, du bist schon längst drin. Das... Ah, was machst du? Hau ab, hau ab, hau ab. Ah. Donnie allein. Nein. Daran müssen wir bei dir arbeiten. Das ist mir schon in so vielen Spielen aufgefallen. Du gehst rein, obwohl du weißt... Nein! Das ist echt... Der Trinity. Maaaannn. Ey. Ohohoho. Ich geh nix runter, Draven. Bam. Oder ich mach Tam. Tam. Tam? Ich mach Tam. Hast du Tam gebaut? Ich mach Sushi. Äh, nö. Ich mach dem Account. Alter Bart. Das war ne gute Queue. Aber die Queue vom Bart war echt gut. Unbelievable. Na gut. Das sieht glücklich aus. Äh, Bart. Du hast kein Leben. Let it be. Let it be. Oh, Drake. Drago. Ach, die haben den schon, wa? Der Winger ist doch nicht da. Doch, Esrael. Irgendeiner ist da. Jedenfalls wissen die, dass wir wollen. Hallo, hallo. Oh, hallo. Esrael. Na, Mäuschen. So, rein. Das könnte ich nicht mehr verhindern. Und dann gehe ich Top-Lean-Deffen. Da ist, da ist Esrael. Oh, diesmal nicht. Ah, hat er? Ne, hat er nicht. Ne, hat er nicht. So ein Gangplank wahrscheinlich zu Hilfe und alle anderen. Ne, Gangplank, der, äh, ist wirklich top, Alter. Aua. Komm. Fick dich, Alter. Ah, keinen Sinn jetzt. Sein Teleport. Aber wenn du von oben kommst, kriegst du ihn vielleicht noch. Ah, ich hab halt keine Queue. Und sich, achso, ah, dann. Jetzt hier. Unbedingt ihn hier. Der Tower ist mal weg. Wo ist denn der? Scheint hier gar nicht zu sein. Ne. Nice. Sehr schön. Ist egal. Wart bitte um Hilfe, ja. Soll ich den Arzt suchen. Der ihm noch hilft. Ja, ja, ich komm doch schon bitte mal. Alter. Oh, du hast den Tam Kench. Ah, ich hab Teleport. Aber nicht für Tam. Tam kommt eh wieder raus. Pass auf. Naja. Besser alles down. Nur Gangplank. Nee. Na, Ringer? Da, 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 da. Hau ab, du kleine Hafennutte. Ist hier ein Ward? Ist hier ein Ward? Ist hier ein Ward? Ist hier ein Ward? Hier ist kein Ward und er weiß, dass ich da bin? Äh, das war wohl sichtbar hier. Oh Gott. Äh, der stand dahinter und ich war da drin. Ja, der ist ja reingesprungen. Nein, aber die Ulti kam. Bevor er drin war. Das ist so... Egal. Vielleicht haben die anderen mich noch grad so gesehen. Oder da ist ein Ward ausgelaufen. Oder, 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 oder. Na, weiß ich nicht. So, und Top-Lean natürlich. Ich bin nur Top-Lean. Ich bin nur Top-Lean. Oh. Aber er macht's richtig. Er nimmt mich aus dem Spiel. Er macht das schön. Er hat doch mehr Farben bestimmt. Würde ich glatt wegtippen. Ich bin ja nie da. Ja. Deutlich. Ich spiele die letzten Spiele halt echt ziemlich scheiße. Muss ich mal kurz sagen. Naja. Äh, 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 äh. Sorry. Du musst einen sicheren Jungler nehmen. Wenn du weißt, ne, also nicht so... Nimm Sejuani oder sowas, was tankiges. Wo du wirklich, ne, engage, disengage hast. Weil mit Chaco bist du drin, bist du tot. Ja, äh, äh, Chaco ist immer nur entweder oder und, äh, das ist halt wirklich übelst gefährlich. Ja. Was macht er da? Entweder fixst du oder fixst du nicht. Oh, jetzt ist der One ausgelaufen, wo ich hin... Oh, lol, doch noch. Ja, gut. Wie mit allen Assassinen. Jetzt pushe ich Top-Lean. Jetzt ist mir... Der ist 40 Sekunden nicht da. Ich... Passt auf. Bart. 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 Ich drück ein Bart. Eigentlich super. Bart. Du das denn? Soooooooohohohohohohohohohohohohoh. Lol. Hä? Äh, sie hat so viel Damage gemacht und dann hat dein Entzücken oder irgendwas da noch. Wie gesagt, dein... Hm, kriegt man auch gut. So, Top-Lean fällt jetzt endlich, hoffe ich. Der lebt noch... Na, Rengar ist halt ein starker Jungler, ne? Naja. Hätte ich Counter-Juggling müssen auf Level 2. Am Blue-Buff. Oder am Mid-Buff. So, jetzt fällt endlich die Top-Lean. Meine Güte. Achtung. Gehen alle. Hast alle. Na, die kommen wahrscheinlich an allen Top, ne? Naja. Ich trinke nen Kaffee. Ist das ein Api-Rengar? Das ist ein Api-Rengar. Oh, hallo Tam. Der Rengar hat Blutens Echo und hat das blaue, ähm... Den blauen Edelstein. Der blauen Edelstein ist ja nicht unbedingt da und das AP ist. Äh... Warte mal, warte mal. Da geht der als AP? Was, was? What? Nein. Gut. Warte. Da kommt der Rudi. Äh... Es wird... Mann, Alter. Dieser Scheiß Bart. Echt. Danke. Es... Safe. Ah, ich hab keinen Mana. Scheiße. Warum... Ich versteh nicht, warum der Hem geht. Ich hatte nur eine Wahl, den noch halbwegs zu helfen, weil der wär... Der wär sofort tot. Der ist... Ohne Scheiß, wieso ist der Gold? Du könntest ihn töten. Alter. Geh auf. Ich wäre tot. Falls man das gesehen hat in der Aufnahme, wär ich nicht rausgeflasht in der Ulti, wäre ich sofort tot. Ich habe nur überlebt, weil ich rausgeflasht bin. Du bist... Ja, ja, ja. Ja. Ich weiß nicht, Goldhoney. Sorry, kann ich mir nicht lämmer. Das wollte ich immer noch mal machen. Du weißt nicht, Gameplay. Das ist unser Mal aufreißer. Du weißt nicht, Gameplay. Eine Minute ist wieder Drake up. Da war die vor mir Runde lieber, wobei die Botlin da hartgesuckt hatte letzte Runde, aber... Aber läuft doch gerade. Nein. 9-3 Lux. Ja, Lux ist die einzige. Und dass es das Schlimme ist, die muss übelst gecarriert werden. Wir haben aber keinen Tank. Oh. Wiehst du? Ja, Lux ist tot. Aber nur safe hier. Können den ersten wieder raus und dann sterben. Nein, 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 nein. Die sind zu viert. Auf gar keinen Fall. Die Bart-Ulti. Hör auf, hör auf, hör auf. Ach, shit. Nein, Renga-Ulti. Weg, weg, weg. Renga-Ulti. Ist einer von denen gestorben? Nee, nur Bart. Fast auch sonst. Tod. So. Weil ich es kann. Ist mir scheißegal. Das Match ist so dumm. Gott sei Dank haben wir die Lux. Oh, da ist der ein Renga. Der habe ich gar keinen Bock. Wir haben niemanden da reingehen. Ich könnte nur reingehen mit Ulti, weil ich dann, was habe ich mehr? 90 mehr Rüstung und... Ah, roundabout. Ich kann auch reingehen. Ich kann den Carry auseinander nehmen und dann... Renga, weg da, weg da, weg da, weg da. Du bist tot. Weg da, weg! Zum Turm, zum Turm. Da hast du ne Chance, dass er dich... Dass er dich... Hau, ha, ha, ha. Schick deinen Klon hin. Schick deinen... Den hast du noch... Hat doch gereicht. Lol. Alter, meine Nerven. Haha, ja. Das ist... Troll. Ah, Chaco, ne? So, Gangplank. Nur wenn er Ulti hat, kann er mich machen. Oder er hat ein Fass über die. Oder... Er grittet dich. Ja, was er überhaupt nicht tut. Na, der hat Trinity, ne? Äh, Trinity... Und auch noch die Klinge, auch noch dazu. Ungünstig. Dann wurde ich mal. Krass... Ha, ha, ha. Hast du gesehen, wie ich verarscht habe? Ich dachte, er schießt. Wollen wir mal den Drake machen? So an die Botlane. Nein, nein, nein Mal kurz mal den Red buff Jetzt ist er endlich gut Ja, Drake Wir haben schon einen zweiten Ah, der dritte wäre Lauftempo Und der fängt an Ist da ein Ward? Da ist ein Ward Loll Engage, ich komm, Teleport Scheiß drauf, zack Wir haben Draven Wollte grad sagen, wir brauchen keinen Smile Ja, nein Ja, nein, doch Ah, doll Yes Alter, hast du das Movement gesehen? Ward gesetzt, ran gesprungen Oh, 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 oh Nee, ja Au Ah, Lucian, Ward and Ward Komm her, komm her Ach, schnitt Weg, weg, einfach weg Save, save, hau ab Wirklich ganz weg Die sehen uns hier noch, von daher wirklich Über den Wolken Ja, ja, Draven Balls Balls So, Lucian hat Ult hier raus Gangplank, au Ich hab Trinity, endlich Meine Fresse Ich brauch noch ne Scheiße Ich hab Hextech Gunblade vorgeschoben Weil ich brauchte Regeneration und n Slow Wer ist nochmal mit dem Gunblade? Brauchst du erstmal Trinity? Halt 15% des verursachten Schadens Das ist, also Schaden Das ist gut Gunblade? Was das jetzt als nächstes ist? Oder? Hab ich schon Also Hextech hab ich vorgeschoben Nee, 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 ich meine Wie hieß das nochmal? Trinity hab ich Hextech hab ich Nee, äh Gensues Wutlinge Das war nicht Ja Nee, nicht da rein Der hat 5 Stacks Ja, ja, Slow mich Ist okay Ich hab Ulti angemacht Schönen Slow hub Na, wir holen mal hier die Shieldi Ja Sogen gemacht für Vision Alter, ich wollt sagen Wenn der jetzt aber den Baron angreifst Dann hau ich ihm die Glocken vom Leib Oh, rennt er alleine im Jungle? Na, so alleine ist er nicht Wups Nee, 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 nee Das ist zu greedy, viel zu weit Sag ich doch Jetzt ihn? Boah Ich anstatt Nee, zu rüberflaschen War ich einen Millimeter zu weit weg Einfach, einfach weg Wir haben 2 Kills gekriegt Scheiß drauf, weg Weil Lushin hat keine Ult Gangplank hat keine Ult Fick die No Sag ja Das hat Ulti Na, immerhin einen Und die 2 auch noch LOL Weil die noch einen Web-Buff hat Alter, ohne Scheiß Ich würde fast sagen, das sind die härtesten Bronze-Dinge, die ich erleb Das ist so genial So, hol ich mir jetzt die Wutlinge oder gehe ich auf Tank? Ich kaufe mal die Wutlinge, nee Aber gegen Gangplank Ach, ich weiß nicht Ach, Damage Ach, Damage Ach, ihr seid nur zu, nee, weg, weg, weg Das ist Tschüss Eine nochmal zu hoch Die Wutlinge und dann Tank Dann hol ich mir Schutzengel Guardians Was be an Angel? Oh, da kommt was Oh, wow, 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 wow Oh, meinung Oh, ich kriege gut Farmen Kann ich gleich noch die nächste Klinge holen? Oh, lol, den Ding nicht Not even trying Was? Hab ich das verpasst? War ich nicht dabei? Ja, der Rengar ist gerade gekommen Und hat keinen Schaden gemacht mit Ult Achso War es auch schon Jo, wenn er meint So, Top-Lehnen Alter, ich nehme den, komm Ich habe die Schnurze voll Du Scheiß-Kollenschwinge, Alter Und jetzt rennt er wieder weg Die ganze Zeit Bis zur Mitte Dann rennt er weg Ich bleib jetzt mal Top Gangplank fehlt aber Und der ist sehr schnell Macht euch lieber ein Wort Irgendwie so in diesem Bereich In dem Busch oder so Also für dich, ne, Bro? Der Busch Genau Ich push doch wahrscheinlich kann Ich push doch wahrscheinlich kann Du bist, das ist es Darfst du nicht dran denken Du bist Shaco Du hast Nur eine Chance Ansonsten, du bist tot Egal wie Du bist immer tot Egal wie Das ist Das hasse ich auch nicht Wenn der mal behind wird Ja Gut Ich würde zu Seju Oder irgendwas Wirklich so ein bisschen Angenehm tanken Sag ich jetzt mal Oh, nice So Oh, der Bot-Turm steht hier immer noch Was ist denn hier? Komm mal mit Komm So, ready Eins, zwei, drei Go Blocks wurde gefickt Ja Äh, der Bot-Lean lasse ich dir mal die Kills Wobei ich brauch Ah, ich hab die Wutklinge Yay Nein, die Minions Hau ab Hau ab Red Buff würde ich auch gern haben Lol, hat er mich noch angehört, dir die blöde Sau Ja gut, kannst du haben Oh, Top-Lean, guck dir das mal an Endlich Wo ist der Ton gefallen? Unten? Während ihr den Red macht, ist unten gefallen Alter Bamm Bamm Gut Lass mich in Ruhe Lass mich Oh, der Renga ist über der Luft Lass mich Guck, dass du deinen Top-Lean hältst Oh, Renga Ja, ja, ja Nice So Hast du gesehen? Das war Das Deswegen die Gunblade Das war die Mehr nicht Oh Push mich hier durch Achtung Ab geht's Baren Baren wäre geiler, ja Drake ist doch gar nicht ab Der ist doch erst in Ja, der ist gerade gestorben Achso, nicht gerade unten Ja, ich war Brain AFK Brain AFK-Stück So Wollen wir echt bei euch machen? Ich hab keinen Halle, ich bin noch nicht da Naja, wir haben Jax Ah, Gang, Blank Eigentlich, die sehen das, ne? Gas geben, Gas geben Feuer, Feuer, Maja, ne? Ja, der AFW ist halt das Problem So, jetzt noch 3000 Leben Jetzt Damage, go, go Was? Oh, Bart, warum? Bin ein bisschen rumgetänzelt Und dann Bleib Bart sein Portal gesetzt Ich reingeflutscht Sohle, ah Auf, hm? Wer will den hier aufgeben? Ne, nicht hier Komm her, komm her, komm her Was will der denn aufgeben? Der Bärben ist für Wien gewesen? Für euch Oh, nice Geht doch Noch gar nix mit, oder? So, alter Geh du schon nicht an meinen Midlane ran, du Achso, nein Moment, so jetzt Kriegst noch gar nix mit, oder? Nö Ich hab mich voll auf die Kills konzentriert Wo Lushin lang geht Ich hab, bevor ich im Busch bin Halt meinen Stun schon gemacht Weil ich wusste, der Rated nicht sonst Und das war total gut So, wieder, siehste Da steht noch ein Fass von Gangplank Das sind 10 Gold Oh, warte Hier, 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 hier Kommt gleich noch einer Pass auf Oder doch nicht Ich Pass auf Ach, SRL hat nur gewordet Alles klar Ich nehme mal den Top-Lank-Farm, ne? Mh, ja Level Dravening haben Weil ich hab so viel Gold Jetzt hab ich meinen Trank verkauft Aber Für einen guten Zweck Ich hab gleich schon Schutzengel ready Noch 400 Gold Nice, 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 nice Und dann kann Lush endlich upraven Und raven Genauso Ulti Tschüss, Tod Lush macht Insta-Burst, ja? Ja Hallo Renga Ja, oben ist ein Gangplank Alles klar Da ist Draven Ja, die League of Draven Aber ehrlich, es war vorhin schon, wo ich zwischendurch dachte What the fuck ist hier los? Ähm Top-Lank ist auch nice, aber Ah Ist nicht der Gangplank, ich dachte, er ist nicht der Gangplank Was ist der Gangplank? Nein, ich mag wieder Ich mag endlich gewinnen, wenn wir was So Gangplank, komm mal ran, komm mal ran Auf Meter, komm mal ran, komm mal hier Dann mach du Unwohl Mach den, ne Ich finische What? Ich wollte noch springen Wollte Ein Wechselbad der Gefühle So nenne ich die Folge Und Sieg des Tages Ja Wunderschön 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 In der Hose Kann man mal machen Aber warum der Renga zum Schluss nicht mehr wollte Kannst du mal gucken, wer die meisten Damage hat Also ich glaube, der Gangplank liegt nicht vorn, aber Ich möchte mal Luchs Luchs Luchs, ja gut Und vom gegnerischen Team? Der Eswege Eswege, ja gut Okay, gut Kommen wir mal machen Muss ich heute, wenn ich nichts drunter so erwarten Boah Tschüss. Tschüss.